Alter, ich bin schon wieder irgendwo in der Pampa gespawnt. Wo die Zone einfach ist? Somewhere? Ne, doch nicht. Da hab ich gerade Zone-Sound probiert. Okay, aber wir sind genau in der Mitte gespawnt. Das Update mit dynamischeren Fights oder Games. Wenn man sich das bewahrheitet und sich direkt gegen Gegner bekäme, werde ich tatsächlich nicht so Bock. Weil es tatsächlich einfach braucht, wenn ich so viel Loot habe. Jetzt sag ich doch nichts. Alles leer. Niente. Was ist das? Nicht Drilling. Ja. Take it. Was ist das hier? So. Stop. Flash. Gut. Große Cash. Take it. Und das auch? Der Ermes. Der Professor Dr. Ermes. Der für den Kopf ist stor aflining Was soll das denn bestimmen? Das ist echt immer verdammt wenig Loot ogni 만. Leider Da sind wir fest, fuckboy Ach, ein Schmeißer Kann die hier? 8,5? Ja, da haben Schere Fights, ich merk schon Geh nicht mit Zack, zack Als der da als erstes spawnt, der hat dann die dynamische Experience, ich merk schon Wo war er da schon drin? Was ist denn da hinten gekommen? Ich weiß es nicht Oh mein, ich weiß die Entschuldigung Ich bin der da ist ein glück okay er lädt nach aber war doch keine Muni mehr Maschallah Das war ja schon viel zu aufregend Zack 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 Da drin ist bestimmt, oh ne Was ist das doch Oh man Ist alles ganz schön dynamisch hier Ich glaube es ist okay Da hat sich noch Was gibt eine Sch pleasure Ich träume mich jetzt irgendwie gar nicht mehr Blizzard zu machen, weil man halt kaum noch Man, was ist denn das immer für ein Beeper, ey, wenn es mit dir zu tun ist, die sind super nervig ? Ui, 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 ganz ruhig, Buri. Ui, 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 kera. Das ist doch noch da drin, ey. Tut mir ja ein bisschen leid, ich bin echt gut gekämpft. Aber nicht mit mich. Outsch, ja, ich weiß. Das ist doch nicht möglich. Ist er da gerade reingelaufen oder was? Oh mein Gott. Oh. Stimmt, ich explodiert hier irgendwas von mir. Was machen wir jetzt mal? Oh mein Gott. 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 Oh, noch eine FG, hey, take it. Richtig geil. Richtig geil. Was ist denn das? Das macht ja überhaupt keinen Sinn, das zu erfen. Das ist echt unangenehm. Ja, ich frage, spottet eher oder spottet. Ich frage, spottet nicht. Ich frage, spottet nicht. Ich frage, spottet nicht. Was ist das denn? Das war's für heute. So, hier ist einer drin. Jetzt ist er draußen. Manche mögen es Feige nennen, ich nenne es berechnend. So, drei noch. Ich würde sagen, einer ist da. Ach Mensch, man kann die werfen. Das ist ja unglaublich. Mal schauen. Vielleicht schlagen wir hier an und werfen ein bisschen rum. Sie fliegen bloß nicht zu mir. Ich habe gar keinen Bock drauf. Natürlich fliegen sie zu mir. Ich höre dich jetzt überhaupt. Kein Bock jetzt drauf. Ich höre dich, ich höre dich. 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 Wie laut das hier auf dem Dach ist. Das ist diese Stein-Olle, ich weiß es. Die sind hier einfach so gestorben. Das ist die Stein-Olle, ich weiß es nicht. Ich höre dich. 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 Ich hab grad auf jeden Fall Schritte gehört. Er ist hier drin. Er oder sie ist hier drin. Ich richte halt. Nud. Nud. Ich laufe ein bisschen außen rum Positionen wechseln, so gut wahrscheinlich nicht Positionen wechseln Ja, ich hab dich gesehen, ich hab dich gesehen Mach mal den Scheiß, mach mal den Scheiß Mach mal Mach mal den Scheiß So nehmlich Pussy ass Ach, okay sorry, das wollte ich nicht sagen Wir sind ja hier, ne Aber ja Ich hoffe euch hat die Runde gefallen Kommt auf jeden Fall auf Youtube Ich vermisse den Scheiß Peace